... Politiker, die sich dazu äußern. Über die Menschen, die die Auseinandersetzung unmittelbar spüren, wird selten gesprochen. Wir haben drei Menschen getroffen, die an der am strengsten bewachten Grenze der Welt leben. Oh, das kann man. Timmy! Laskana mag nicht. Was ist jetzt? Zeig mal. Prima! Fein kannst du dich schon. Mama wartet auf Futter. Timmy wartet. Laskana wartet. Und der Dacklich. Nicht Dacklich. Futter. Guckst du Fernsehen? Guckst du Fernsehen? Ich geh' gleich Gassi. Kleiner süßer Gdropst du. Du bist meine Schönheit. Du bist meine Beste. Meine Anerkennung. Oh, bist du heißer? Bist du heiß? Das Frauchen ist auch schon heißer. Oh! Ja! Timmy guckt nach. Timmy hat Angst vorm Stuhl. Spinner ist das? Timmy guckt wieder Fernsehen. Und kläfft die Hunde und die Katzen an. Und kläfft die Hunde und die Katzen inne. Timmy, Timmy, komm her, das ist gut. Nein, nein, Timmy, Timmy, auweia, hier wurde nicht gekläft. Komm her, komm ab, nicht schimpfen, nein. Timmy, Kinder, dahil Meth, ist auch nicht mal Jack. Timmy, Mensch, das ist animate. Timmy, ha, ist eben die Kommende. Beim Bild von der Tag Xie. So ein richtig alter Wasserfall. So ein richtig alter Wasserfall.